Hallo liebe Zuschauer, ja wie ihr wisst, berichte ich gerne aus dem Leben hier von Thailand, vor allen Dingen hier von Koh Samui und ich habe jetzt wieder eine Lebenserfahrung vor ein paar Tage hinter mir gebracht. Vielleicht haben einige den Film gesehen, ich verlinke den mal, wo es darum geht, welche Autoversicherung man abschließen soll. Das ist ja schon das Stichwort. Jetzt habe ich nicht nur einen Unfall kennengelernt, wo ich nicht selber schuld war, sondern auch wo ich schuld gewesen bin. So aber alles von Anfang an. Also wenn ihr nach Thailand kommt bzw. wenn ihr hier wohnt, dann gebe ich jedem den guten Rat, sich die Telefonnummer aufzuschreiben von der Touristenpolizei. Weil die immer einen Dolmetscher dabei haben bzw. die sprechen fast alle auch Englisch. Die haben manchmal auch Volontäre dabei, die dann übersetzen. Dann steht man nicht so ganz alleine. Wie ich nämlich den Unfall hatte, den ich unverschuldet hatte. Da fing nämlich der Thai auch an zu diskutieren und wollte und hatte und er war es ja nicht schuld und so. Da hat die Touristenpolizei kurz einen Prozess mit dem gemacht. Die hat die Beweisermittlung aufgenommen und mir dann zugesprochen, dass bei dem Auffahrunfall er schuld gewesen ist. Also das solltet ihr euch beherzigen. Versucht die Telefonnummer von der Touristenpolizei ausfindig zu machen. So ja, ich habe ja jetzt vor zehn Tagen habe ich meine Versicherung abgeschlossen bei Jeep und ja jetzt vor ein paar Tagen hatte ich auf einem Parkplatz leider beim Rückwärtsfahren einen Unfall gehabt. Nach ich glaube über 25 Jahren habe ich jetzt keinen Verkehrsunfall mehr gehabt, wo ich selber schuld war. Da bin ich jedenfalls jemanden in die Seite dann reingefahren und wir konnten uns sehr schnell einigen, dass es meine Schuld gewesen ist und in dem Fall brauchten wir dann also auch keine Polizei. Was man denn machen muss? Man hat ja von seinen Versicherungsagenten, in meinem Fall war es ja die Jeep, die Telefonnummer, den ruft man denn an oder die ruft man denn an und die ordert einen Versicherungsspezialisten, der zu einem Unfallort hinkommt oder wo die Fahrzeuge stehen nach dem Unfall. Das ist also einer, der praktisch wie die Polizei arbeitet in Deutschland. Der macht also auch Skizzen, wie das gewesen ist. Die die gegnerische Partei wird dann gefragt. Übrigens, der hatte keinen, der hatte keine Versicherung dieser Teil, Mensch, die war abgelaufen und wenn man natürlich mit so einem Unfall hat, dann hat man ein Riesenproblem, das Geld zu bekommen. Ja jedenfalls, okay, das ist ja seine Sache. Der bespricht sich denn also mit der Gegenpartei, auch mit mir, was denn gewesen ist, macht dann Fotos von beiden Autos, guckt die Papiere nach, ob ihr auch einen Führerschein habt, das ist ganz wichtig. Das nimmt er alles auf und dann bekommt der Geschädigte, in dem Fall bei mir die Gegenpartei, bekommt dann ein DIN A4 Blatt, wo denn alles draufsteht und damit kann er dann zur Werkstatt gehen. Der gibt dann dieses Pamphlet dort ab und die setze ich dann mit der Versicherung. In dem Fall war es ja die Allianz, die ich hier abgeschlossen habe. Das war mir ja sowas von peinlich, nach einer Woche schon die Jeep anzurufen. Ich habe schon den ersten Verkehrsunfall und habe dann also Kosten verursacht. Aber sie sagte, kein Problem, dafür ist ja auch die Versicherung da, um dich dann eben halt zu coveren. Naja, der bekommt das denn und in meinem Fall ist es ja so, mein Schaden, der fast kein Schaden war. Ich habe ja hinten vorne hat man eine Bullbar und hinten hat man auch, ich weiß nicht wie der Ding heißt, und unten den Allradantrieb. Der Vitara hat hinten so einen Rohrrahmen noch mal extra vor der Stoßstange, also der ist schon ganz schön stabil, da war nichts so dran. Bei meinem Auto, der also 20 Jahre alt ist schon, da gibt es auch keine Vollkaskoversicherung. Ich hatte ja in der Versicherung hier angegeben, bei dem Film, bei der Klasse 1, da ist ja Vollkasse drin. Die Gegenpartei ist auch wesentlich höher versichert. Bei mir war das ja jetzt für eine Million Watt. Das sind ja rund 28.000 Euro. In die Klasse kann ich aber nicht mehr rein, weil ab, glaube ich, fünf Jahre und ältere Fahrzeuge werden denn insgesamt in drei Klassen unterteilt. Und bei meinem alten Karren mit 20 Jahren, die nehmen den also auch nicht auf. lohnt sich auch nicht. Ja jedenfalls, der hatte das Pamphlet und ja, und dann kam die Frage, ja, ja, ich habe ja jetzt kein Fahrzeug mehr. In Deutschland ist das ja so geregelt, dass in, glaube ich, ja in den Versicherungen das drin ist, dass die Gegenpartei für die Reparaturzeit eben einen Ausgleich bekommt. Und das ist hier nicht. Ja und dann, da waren kurze Verhandlungen. Er wollte erst 3.000 Watt haben, um sie einen Roller zu mieten. In Deutschland ist es ja fast gleichwertig. Muss man ja wieder ein Fahrzeug haben für diese Reparaturzeit. Das sehen die also hier nicht so eng. Die sind also auch mit einem Roller zufrieden. Und da hat dann die Pity mit dem gehandelt. Und wir haben uns im Endeffekt auf 2.000 Watt, ich zeige ihr mal ein Bild, das habe ich dann fotografiert, um auch zu dokumentieren, dass ich ihm Geld gegeben habe. Nicht, dass er dann im Anschluss nochmal kommt. Das würde ich auch an eurer Stelle machen. Also viele Fotos machen von der ganzen Aktion. Der hat also seine 2.000 Watt bekommen und war nach seinem Gesichtsausdruck eigentlich zufrieden. Natürlich hat er jetzt den zeitlichen Aufwand, den er auch mit den 2.000 Watt geltend machen wollte. Weil die Reparatur, was sagte der, für die hintere Türe war das. Das sind vier Türe gewesen. Drei Arbeitstage. Das so 300 Watt kostet ein Roller. Da sind wir also bei 900 Watt. Dann hat er also 1.100 Watt erhalten für den zeitlichen Aufwand jetzt. Ja, und er war damit zufrieden. Also in der Abfolge kann man also sagen, ihr müsst erstmal gucken, dass ihr von der Touristenpolizei die Telefonnummer habt. Die ruft ihr an, sobald ihr merkt, dass da ein Disput entsteht. Und die kommen dann und die sind auch auf eurer Seite. Das hatte ich immer gedacht, dass sie immer zu den Teilen halten, aber die Fakten sprechen da. Und bei meiner Sache war das ganz eindeutig. Also Touristenpolizei, dann muss man den Versicherungsagenten anrufen. Der Versicherungsagent ruft den Versicherungsfachmann an, der denn auch zu dem Auto kommt. Und auch die Gegenpartei ist da. Der nimmt den Unfall auf. Dann bekommt der Geschädigte ein Schreiben, wo er mit zur Werkstatt gehen kann. Und er kann das darüber abwickeln. Und ihr müsst dann nur noch aushandeln, was die Gegenpartei als Ausgleich für den Ausfall, dass er jetzt eben halt das Fahrzeug für ein paar Tage nicht hat. Das müsst ihr also mit dem aushandeln. Und das war's denn eigentlich. Also wenn man das rüberkommen lässt, dass genauso in Deutschland freundlich sein. Keiner will ja bewusst einen Unfall verursachen. Dann läuft das genauso hier ab. Die Leute sind dann auch froh, dass keiner verletzt worden ist. Und das war's denn. So, das war meine neue Erfahrung in dieser Woche, wo ich euch dran teilhaben wollte. Okay, tschüss. KOMMFE Untertitelung des ZDF, 2020